Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer wunderschönen neuen Abstimmungsfolge von Was wollt ihr am Freitag sehen, dem Deckcheckformat hier auf dem Kanal. Es war jetzt so, dass es in letzter Zeit leider nicht so ganz zu den Abstimmungen gekommen ist, welches Deck ich durchchecken sollte. Es lag halt ein bisschen daran, dass ich zeitlich nicht so variabel war, möchte ich einfach mal sagen. Aber ich habe mir gedacht, liebe Leute, jetzt muss es mal wieder sein. Ich habe mir wunderschöne neue, neue, neuen Decks rausgesucht. So, jetzt stimmt's. Und ja, tatsächlich hat diese kleine Pause im Deckcheck auch gar nicht so schlecht getan, weil sich neue, starke und echt coole Decks auch ein bisschen hier rauskristallisiert haben, die ich hier auch teilweise mit reingenommen habe. Fangen wir direkt mal an bei den drei Metadecks. Es gibt natürlich wieder drei Meta, drei Budget und drei Fun Decks. Das erste Metadeck ist der Big Spell Mage. Jeder kennt ihn, einige hassen ihn. Er ist sehr, sehr stark. Vor dem muss man sich auf jeden Fall in Acht nehmen, besonders wenn er relativ zügig Jaina rausspielen kann. Dann haben wir das zweite Metadeck. Es ist tatsächlich so ein bisschen eine Mischung zwischen einem Fun Deck und einem Metadeck. Trotzdem wird es gerade sehr, sehr hoch tatsächlich auch im Rank gespielt. Das ist der Malygos Rogue, der neue, der über den Deathrattle triggert. Sehr, sehr schönes Deck auf jeden Fall. Hat ein bisschen Kombo-Potenzial. Lohnt sich also auf jeden Fall auch mal einen Blick drauf zu werfen. Und nicht zu vergessen noch ein echt cooles Deck, wo ich gedacht habe, das sehen wir eigentlich in Jahren nicht mehr. Aber es ist doch jetzt schon aufgetaucht und zwar der Control-Shamane. Gehen wir zu den Budget-Decks. Hier haben wir auch drei echt coole Decks, muss ich sagen. Und zwar ein Aggro-Torn-Druid. Ja, ihr habt richtig gehört. Er ist Aggro, er ist taunt, er ist alles. Also der muss schon eigentlich ganz gut sein. Hat ein relativ gutes Budget. Also Budget-Decks tendiere ich hier jetzt mal dazu sagen, sind meistens nicht über 1500 Dust. Das heißt, es ist auch relativ gut, die als Anfänger zu craften oder sowas. Dann das zweite Deck ist der Spellstone-Warrior. Relativ cooles Deck. Spielt ein bisschen aggressiver. Spielt auf diesen Spellstone, der euch 5-5 aufs Board gibt. Den man upgraden kann mit der Waffe und dann noch ein Budget-Deck, das tatsächlich ein bisschen teurer ist, weil eine Legendary mit drin ist. Und zwar ist es der Lyra-Agro-Priest. Ich weiß, Lyra-Priest klingt für manche Leute schon wieder so ein bisschen so, was, Lyra ist aber doch übel teuer und alles möglich. Tatsächlich kann man das auch sehr, sehr budgetiert bauen mit nur einer einzigen Legendary und das ist Lyra. Dieses Deck tendiert dann so, wenn ihr ungefähr sagt, von dem Dust-Kosten her, dass ihr die Legendary halt, wenn ihr die Legendary rausrechnet, auch unter den 1500 und dann halt nochmal den Dust für die Legendary selbst. Zu den Fun-Decks habe ich auch nochmal drei wirklich, wirklich coole Decks gefunden, die auch sehr, sehr spaßig sind. Und zwar ist es der Big Floop Druid. Eine Kombination, wo ich eigentlich nie gedacht hätte, dass wir die irgendwann mal sehen werden, aber es ist auf jeden Fall passiert und das finde ich echt cool. Und dann noch ein sehr, sehr starkes Deck, möchte ich mal behaupten, das aber so an sich nur in die Fun-Sektion gerutscht ist, weil ich tatsächlich möchte, dass es in die Fun-Sektion gerutscht. Es funktioniert zwar nicht immer gut, aber wenn es funktioniert, geht es halt hart ab und das ist der Secret Bounce Rogue. Ja, es ist ein Rogue, der größtenteils auf diese Bounce Engine hier mitspielt. Also man muss halt einfach sagen, dieses Deck ist stark, wenn es funktioniert, wenn wir wirklich schaffen, hier den Bunny immer wieder zu bouncen oder von mir aus auch den Fedora Strider oder sowas. Aber solange das halt nicht funktioniert, haben wir halt noch größere Probleme und deswegen will ich das Ganze hier lieber in die Fun-Sektion hier ein bisschen reindrücken, das ganze Deck. Und man muss halt einfach sagen, dadurch, dass ich halt die Secret Engine vom Rogue mit reinspielen will, ist es doch nochmal ein bisschen eine andere Art und Weise, wie man dieses Deck spielen kann. Das letzte Fun-Deck ist tatsächlich ein Klassiker aus der Scrollicons-Reihe, möchte ich einfach mal sagen, hier aus unserem Stream und alles mögliche. Und zwar habe ich mir gedacht, Leute, wir bauen mal wieder ein Wild-Deck und zwar wird dieses Wild-Deck ein Temperatur-Mage. Dem einen oder anderen sagt das sicherlich was, das war ein Running-Gag hier in unserem Stream und da habe ich mir mal gedacht, Leute, jetzt ist das neue Set draußen, jetzt wird mal wieder Zeit für einen richtig guten Temperatur-Mage. Und wir nutzen alle Karten, die wir haben, die halt was mit Temperatur zu tun haben. Das heißt also, alle Eiskarten, alle Feuerkarten und Arcane, glaube ich, eher weniger. Müssen wir einfach mal gucken, wie wir das machen. Ich überlege mir da was Schönes. Ja, das sind auf jeden Fall die Decks, ihr könnt abstimmen. Wie ihr abstimmen ist eigentlich relativ einfach, für die Leute, die es ja schon wissen, ja, ihr wisst Bescheid, Leute, für die, die es nicht wissen, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Strawpoll-Link. Da klickt ihr drauf, dann kommt ihr auf die Seite Strawpoll, das ist eine Abstimmungsseite, dort könnt ihr dann das Deck auswählen, was ihr gerne sehen möchtet, dann einfach auf Abstimmen drücken. Und wenn ihr das getan habt, ist eure Stimme mit im Topf, möchte ich einfach mal sagen. Das Deck mit den meisten Stimmen wird dann von mir am Freitag durchgecheckt. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ich habe nämlich ultra Bock drauf, wieder auf einen ordentlichen Deck-Check. Haut rein, liebe Leute, bis denn dann. Tschüss.